recht herzlich willkommen zur 200 zweiten folge von towns ja wir sind hier wieder unterwegs im obergeschoss und gucken zu dass wir die decke zu kriegen diese kräfte hier am bauen wie man sieht das passt schon mal das ist alles gut hier war die nische 3d effekt das hat man letztes mal auch noch zum ende gesehen dass das nicht das problem ist was wir haben sondern da ist keine nische wo die kerze steht sondern da ist definitiven stein der da um die ecke geht wird hier kann man irgendwie nicht bauen kann das sein weil hatte man der da eine ecke den kümmer unlock machen und dann wollen wir hier gerade das menü auf dass es auch auf das stehen bleibt und wir setzen mal dahin dahin so wollte ich es nicht machen ich wollte nur einen umsetzen den kümmer der tonne schmeißen mal der ist kaputt und den kann man gerade unlock machen und der müsste dann woanders hingestellt werden und zwar da würde ich sagen gut da nehmen sie jetzt einen anderen aber ist auch egal und den dann ging das doch dass der da drauf läuft oder was oder wie jetzt ist auf jeden fall passen wir müssen aufpassen dass wir den da hinkriegen und hier sieht das soweit ja ganz gut aus der ist auch hin und ich glaube der muss woanders hin unlock den setzen wir mal dahin der raum dahinten ist zu das bedeutet der kann auch unlock der kann jetzt auf den flur gestellt werden und zwar hier so würde ich da ist er falsch das ist die mauer wir müssen hier hin da wo das hund ist muss er hin so spiel läuft noch der ist da irgendwo eigentlich oben drauf nein diese person die da war die ist runter ich weiß gar nicht wo die stand der wartet jetzt hier auf weihnachten oder was keine ahnung da haben wir schon wieder einen der hin ist den könnte man noch anloggen dann gucken wir mal ob wir den hier noch hinkriegen ja und hier ist schon ganz gut soweit lass uns mal hier noch die mauer ein bisschen vorziehen und ja da kann man jetzt doch schon den nehmen und so mal bauen so der ist da da kommt noch einer der baut was woher nirgends wo der reist nur geht nur durch treppe dann wieder runter hier werden die steine dahin gebracht das ist gut dann kann da gebaut werden und wenn wir schon dabei sind würde ich sagen können die drei da auf jeden fall auch hingesetzt werden so das loch ist zu das bedeutet da im raum brauchen wir kein dingens mehr kannst du unlock machen und der kann dahin in den nächsten raum wenn der dann genommen wird dass die nächste frage hier sind ganz viele da stand jetzt keiner wo geklickt haben ist klar unlock 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 okay glaube vierer waren es ne 1 2 3 4 machen wir dahin in der hoffnung dass sie dahin gestellt werden ich weiß jetzt nicht ob es so ist aber wir können es ja testen oder sehen es dann und hier können wir das so machen gut das sieht gut aus würde ich sagen da kommen wir um die scarf holz umzubauen das klappt wohl auch und hier können wir mal so die mauer bauen okay das ist okay das ist okay jetzt müssen wir hier schauen dass wir da noch was hinkriegen die beiden und da ist auch noch was offen was zu kann da ja das geht so und ich weiß nicht ob es klappt da mit dem scarf holz müssen wir gucken die sind wohl hinüber und den auch so da hat es dann nicht geklappt halt ne der ist hier auch über ja das war gucken wie wir hier weiter kommen warte mal das würde sogar nicht gehen aber das geht auf jeden fall die zwei da oder auch nicht müssen wir dann gucken fenster weg nee da könnte sein dass das nicht hingeht aber so müsste es dann klappen dass man denn da hin baut oder ist da hinten einer ah da hinten war nee das ist ein Huhn okay dann geht das doch nicht von der seite okay das ist alles ausgewählt jetzt müssen wir mal gerade gucken hat das ist eine beleuchtung die irgendwo wegkommt wo ich nicht weiß wo weg dann kommt da noch einer hin und ich glaube wir können hier alle nicht aber naja wir machen es mal weil der da hoffentlich an die richtige stelle schon gesetzt wird ja und dann gehen die anderen drei jetzt auch gut da fehlt einer da kann man dann aber hier die vier dann einsetzen bitte einmal auswählen wählen so da muss erst der hin ja komm dann machen wir den da nur hin sollte auch funktionieren jetzt müssen wir mal hier gucken wie das hier ist okay so wird es gehen nein ich möchte kein petrol pointer setzen wo jetzt mal ein loch an der decke da ich weiß nicht ob wir das gestopft kriegen naja das ist schwierig ich weiß jetzt nicht ob er es gemacht hat ach guck mal da fehlt auch einer da ist schlecht gucken ob wir das da wieder hinkriegen hier geht auf jeden fall was hier ist auch schon weiter gebaut worden das müsste gehen achso wir können hier die ganze Randseite hier mal machen machen wir nur bis dahin erstmal dann funktioniert es okay da ist jetzt nichts achso Skarpholz mal umsetzen vielleicht oder mal hier haben wir noch ein Problem mit dem da die Frage ob das da hingeht da brauchen wir mal hier einen von gucken ob das geht da müsste der richtige wenn sein dass er da gebaut wird Kerze steht da ganz gut so wo sind welche die wir frei machen können hier sieht so aus als ob der da anlockt kann sein kann und der auch und dann bauen wir die aber hier hin aber doch ich glaube da müsste es gehen ach da sind schon da haben wir jetzt reichlich gemacht jetzt werden wahrscheinlich neue konstruiert aber naja das ist dann halt so das jetzt weg machen wäre auch blödsinn da kommen ganz viele jetzt kommen die denn alle her okay ist so haben wir einen Fehler gemacht läuft aber trotzdem so das ist gut das muss dahin wo das dahinten ist weiß ich nicht wenn der dahin kommt könnte es sein dass das vielleicht nicht klappt dann müssen wir da diesen hier oder den hier vielleicht anloggen weiß ich auch nicht müssen wir warten wir hoffen dass da einer reingeht nein tut er aber nicht wir machen den hier anlocken vielleicht klappt es dann noch dass sie den da wegnehmen und woanders hinsetzen das wäre dann nämlich positiv ich muss mal gucken da ist schon wieder so als ob das ach so das ist da auf der erde kann man das löschen ja komm mal gut dann nochmal hier der da funktioniert nicht da kommt irgendwo ein händler dann machen wir erst noch weiter so da ist jetzt der natürlich gekommen den wir nicht haben wollten in anführungsstrichen und wenn dann ist auch egal dann machen wir den noch einen anlock dann kann man hier rum gehen um den dahin zu setzen so ich glaube der händler ist dann doch schon da oder ne der vogel bewegt sich da oben noch dann ist er doch noch nicht da zack schauen wir mal ob das klappt und ach ne da muss ich den erst auswählen weil ich den gerade abgewählt hatte so und die beiden auch noch dann da können definitiv die drei hin wenn wir schon dabei sind dann die bitte auch so und diese beiden können der zerfällt ja schon den machen wir anlock so die anderen sind alle noch zu sehen wie sieht es bei dem da aus okay da ist jetzt das passiert dass da der eine gesetzt ist dafür die anderen beiden hier nicht jetzt habe ich da was hin gemacht aber das hat einen fehler gegeben so gucken ob das klappt jetzt hier und nochmal das und da kann dann die ganze reihe hin bis auf den da der da nicht geht keine ahnung warum ja muss mal gucken ob man den einen da gleich noch braucht die sind bewählt am arbeiten auf jeden fall das war gut das war noch besser den können wir dann so zu bauen hier unten sind schon ausgewählt ja der zerfällt jetzt gerade dann kommt er auch wieder weg rein theoretisch müsste diese reihe gehen aber wir müssten ja da gar nichts bauen weil lass die reihe noch machen aber dann müssen wir überlegen dass da keine räume auf der erde eingezeichnet sind die müssen wir dann erst anlegen wäre jetzt aber auch nicht so wild würde sich hier ergeben ne ich glaube fünf müssen wir haben ne ja vier innenraum eins zwei drei vier genau und da ist dann die wand vorne vor und zwar so jetzt wird die shift taste nicht gedrückt machen wir mal gerade dann können wir nämlich weitermachen und den müssen wir da auch noch haben aber dann erst wenn das einmal gebaut ist so spiele sind pause weil ein händler da ist gucken wir da mal gerade rein der bringt farbe und mehr auch nicht oder was aber farbe ist jetzt nicht so von bedeutung von uns und die anderen sachen braucht keiner ne müssen wir mal gucken was wir dem da noch abkaufen was das hier kupfer das ist jetzt nicht was ich jetzt sagen würde das wollen wir haben ne ich würde jetzt einfach wegschicken oder warten dass er wegläuft aber die blaue farbe die nehme ich weil da war noch irgendwo der weg den wir bauen wollten in blau dafür braucht man die blaue farbe sonst haben wir ja nix und mal irgendwelche sachen die kein mensch brauche oder ist ein held gestorben das geht hier kommen wir ihm auch noch mitgeben aber jetzt geht der handel nicht mehr weil wir wahrscheinlich zu viel rüber geschaffen haben einer zu viel und dann macht den handeln und fertig gut ja das haben wir alles ne dann müssen wir nur weiterlaufen lassen und schauen dass wir den scar folter gleich bekamen dann können wir da oben auch wieder weitermachen beziehungsweise dieses zimmer fertig gestalten ist nur die frage wann der kommt da oben was in baut rein theoretisch kann er da auch anlockt werden einfach aus dem runde weil wir hatte ok den machen wir jetzt mal anlockt weil da kann nämlich dann die mauer hin und wir basteln den hier so rein dann können die das fertigstellen da ne da kommt auch schon einer aber näher der bringt einen stein mit der woanders ist und rückt denn jetzt vielleicht rüber ne machte nicht er geht wieder runter da kommt einer ohne der nimmt den scarfort und stellt den woanders hin dass wir dann hier nämlich wieder einsetzen können also nicht einen sondern eine mauer machen gut ok dann haben wir es aber für die folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss